willkommen freunde zu einem neuen video von shakes and fidget hier auf meinem kanal und zwar wollte ich euch nur kurz ankündigen eu 12 startet nächste woche freitag ich wollte auf dem server ja ein bisschen spielen ich weiß nicht wie lange ob ich immer bis zu 100 mache oder ein bisschen länger ist noch nicht so ganz festgelegt von mir wir schauen einfach wie sich das ganze entwickelt es wird ein free to play char sein dass ich wollte hier von anfang an free to play spielen auch nicht mal mit dem startpaket also wirklich komplett um geld rein zu stecken um auch zu zeigen wie so ein char aussehen kann wenn man eigentlich gar kein geld reinsteckt das ist ja bei eu5 prinzip das gleiche und ich habe mich hier für den droiden entschieden weil ich einen droiden noch nie gespielt habe und so im prinzip auch diese neueren klassen nennen es jetzt einfach mal ausprobieren kann beziehungsweise die klassen die hat nicht diese oldschool klassen wie magier kundschafter oder krieger sind genau und dem gleichen wartenzug sozusagen wollte ich jetzt auch eine gilde suchen für leute wenn ihr irgendeine free to play gilde habt die ein paar leute aufnehmen kann wir sind glaube ich vier fünf sechs leute die sich im stream schon gefunden haben die ja auch zusammen spielen würden würde ich mich freuen also gerne einfach mal kommentare reinkloppen wenn ihr eine gilde habt und platz habt dass man sich da ein bisschen absprechen kann und könnt auch generell für eure gilde werbung in den kommentaren machen einfach damit wir hier vielleicht ein bisschen ja uns austauschen können und gegebenenfalls ein paar spieler hier noch eine gilde finden die noch keine haben wir freuen wenn uns zumindest jemand melden würde dass wir hier schon einen gildenplatz haben ohne uns dann groß am server start sozusagen darum zu kümmern wird wahrscheinlich auch gar nicht in dem tag groß da sein weil ich was vor habe aber am server start auf jeden fall und danach ja abends denke ich mal dass die auto wird auf jeden fall gespielt und das ganze sollte funktionieren ja auf den troiden bin ich auf jeden fall gespannt weil da hat ja diese diese masken diese fähigkeiten der masken gespannt wie das ganze funktionieren wird wie der sich spielen lässt und ob das dann überhaupt einen großen unterschied macht zu den anderen klassen man muss halt einfach in der ehrenhalle sozusagen gucken welche gegner man packt aber genau das war es im grunde eigentlich auch schon 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 wie gesagt hier so gildensuche wenn es irgendwie nennen eo 12 gildensuche oder sowas deswegen gerne damit rein in die kommentare wenn ihr eine glieder habt voraussetzungen ja sollten halt logischerweise nicht allzu hoch sein das sind glaube ich ein paar video per leute die am start sind und da hätte ihr auf jeden fall direkt schon mal fünf sechs leute die mitspielen würden genau und in dem Sinne wünsche ich euch allen noch ein schönes wochenende genießt die pfingstfeiertage nennt es jetzt mal oder den pfingstfeiertag und startet uns wochenende wir haben ja richtig dicke events am start und pakete die lohnen sich jetzt auf jeden fall auch wenn man jetzt noch nicht gekauft hat kann man sich die gerne holen kann sich ja mal kurz zeigen hier zum beispiel der beseelte beseeltes paket sml und xl wahrscheinlich sind vier pakete 10 25 15 100 euro die ersten zwei lohnen sich finde ich schon die werde ich mir denke ich mal auf eo 11 holen aber auf dem server hier brauchen wir es nicht wir haben noch genug pilze für die alu mehr wird hier eigentlich auch gar nicht groß gemacht und ja also dann euch ein schönes wochenende und wir sehen uns in den nächsten streams und videos wieder bis dann